Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Wemmer dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitrön-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Ich bin noch hier in Kapstadt. Ihr seht mein Hostelzimmer. Vier Bessen für mich ganz alleine. Ja, ich wollte euch heute einladen, mitzukommen auf eine Tour. Und zwar will ich heute zum Kap der guten Hoffnung, also zum Cape Point. Dort soll es wunderschön sein. Es ist ein Nationalpark. Und da gerade nicht so viele Touristen unterwegs sind, haben wir wahrscheinlich wirklich viel Glück, nicht durch Gedränge zu laufen. Und wir werden Pinguine sehen. Und wundert euch nicht, ich bin ja hier auf Bildungsurlaub. Das hatte ich euch ja schon mal erzählt. Und heute begleitet mich eine Schulkameradin, eine Klasskameradin von mir aus der Schweiz. Und ja, wir wollen gemeinsam diese Tour machen. Und ich nehme euch natürlich mit. Bevor es jetzt so richtig losgeht mit der Tour, gehe ich noch zu Foodlovers und hole mir ein bisschen Essen als Picknick oder irgendwas für zwischendurch zum Klammern. Hier ist die bekannte Long Street. Hier ist immer was los. Und da ist auch immer Security. An jeder Ecke stehen die, um auf die Touristen aufzupassen. Wenn ich hier jeden Morgen zur Schule gehe, dann wird ja auch schon der Green Market aufgebaut. Da gibt es so Handwerkskunst, selbst hergestellte Sachen. Seht ihr, da steht schon wieder so ein Security-Mann. Hier ist Foodlovers. Ich nehme euch mit rein. Wenn ihr hier die Preise seht, 10 Rang sind ungefähr 50 Cent. Hier kann man sich auch verschiedene Sachen machen lassen. Hier gibt es später Grillhähnchen. Und hier gibt es verschiedene Pizzen. Das Coole ist immer, dass man die immer vorher sieht, bevor man sie bestellt. Das ist eine südafrikanische Spezialität. Bildtong. Das ist so getrocknetes Fleisch. Schmeckt so ein bisschen nach Schinken. Später ist hier alles voller Salate. Gestern habe ich mir auch einen ganz leckeren zusammengestellt. Hier ist eine Bäckerei. Und schaut euch mal die Frau an. Typisch südafrikanisch, oder? Hier ist nochmal das Birtong. Ihr könnt das noch besser sehen. Sieht so ein bisschen aus wie Schinken. Ein Kilo Bananen kostet ungefähr 80 Cent. Blaubeeren kosten ungefähr 60 Cent. Das ist ein Sonderangebot. 125 Gramm Blaubeeren kosten 10 Cent. Brand Avocados 1,50 Euro. So, es geht los. Und so, ladies and gentlemen, we see just a wisp of cloud forming near the top of the mountain. It is quite likely that by this afternoon there may be a full-blown tablecloth. It is now the mountain massive looming up on the right. No doubt it is highly familiar to you. This mountain has been depicted countless thousands of times. Ich sag euch einmal immer wo ich bin und dann zeige ich euch, was ich gesehen habe. 12 Maiаю. 21 Mai agua. 25 Maiwave. 28 Mai. Das b kill das Mainz. 35 Maised 4. 150 Mai valves против das B est. Vite 0,5 waves avant. Der Bett im Friendship. I peu tags nicht. Wasiness zitiert. Du weißt, gerne ruhige. Bis zum nächsten Mal. Wir müssen spielen. I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago The past is where it stays, way back a year ago It's like a lot of change, way back a year ago Way back a year ago Schaut mal, mega, oder? Ich bin hier am Boulder Beach. Hier leben viele, viele Pinguine und das wurde ein bisschen angelegt, die Pinguine zu schützen. Man darf halt nicht so dicht dran, ist auch richtig, finde ich total richtig. Als wir am Wochenende unterwegs waren mit Amberley, da fand ich die Location allerdings ein bisschen besser, weil es noch nicht so, ich sag mal so schickimicki für Touristen angelegt war, sondern eher ein bisschen natürlich. Ich glaube, sie verstehen mich nicht, aber ich versuche es trotzdem. Ich zeige euch mal hier, wie es auf der Halbinsel sonst noch so aussieht. Hier sind auch viele Berge. Unser Bus, ich weiß, ihr wisst, ich mache sowas eigentlich nicht, so Touri-Touren, aber das war die günstigste Alternative zum Cup zu kommen. So sieht die Natur auf der Cup halbinsel aus. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Wir wandern jetzt zum Leuchtturm am Cape Point, da oben und ich zeig euch mal die Aussicht. Wow, dieses türkise Wasser, und Wale sind nicht zu sehen, aber dieser Strand, wow. Das ist ein Fertig, das ist ein Fertig, das war's. Das war's für heute. Wir wandern hier in der Gruppe, aus welchen Gründen auch, aber ich bin hier nicht alleine draußen. Ich bin hier aber gar steig mit und hinter mir der Rest. Hier sehen wir wieder diesen mega coolen Strand. Das war's für heute. Das war's für heute. Da oben kommen wir. Das war's für heute. 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 Gute Willkommen. Wir laufen Strauße und hier sind die Babys. Schau an ihre Füße, sie haben zwei Beine. Ähnlich an anderen Böden, die Emus haben drei Beine. Aber die Ostriche, das ist der afrikanische Ostriche, haben nur zwei Beine. Ja, die leben hier. Wir sind hier beheimatet, finden sich sehr gut zurecht. Hier sind so viele Proteas. Das sind aber nicht die Nationalblumen aus Südafrika, sondern nur eine verwendete Art. Dahinten ist die Fault Bay, die Hottentotten. Hier ist die Rückseite von Tafelberg. Beeigung. dort oben 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 oben! tercer button